Hi Mäuschen. Ich hab dich mal aufgenommen, wie du hier runterrauscht. Das sieht ja toll aus. Jetzt gehst du? Ja, fahren wir noch mal runter. Ja klar. Ja, hier runter fährt. Und aus dem Weg. So, ihr müsst ja aufpassen, dass ihr hier nicht gegen den Zaun gegenfahrt, oder? Ja, ich brem's doch mal mit den Schuhen. Oder hier vielleicht um die Kurve rum. Einmal so. Und dann hier lang. Und dann bremst du schon allein. Am 1 Grad dreh ich. Wie ein Rennfahrer. Wie ein Rennfahrer. Wie ein Rennfahrer. Wie ein Rennfahrer. Guck mal. Guck mal hier so rum. Du wirst dagegen fahren? Boah, ein Verkehrsunfall! Und los! Ich bin auf! Nee, du sollst einfach so rumfahren hier! Wow! Nee, stimmt! Boah! Cool! Gut gemacht! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020